Die Schäden sind also enorm und man fragt sich, haben diese Unwetter jetzt eine neue Qualität oder war das vielleicht schon immer so? Die Frage gebe ich gerne weiter an den Klimaforscher Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Also wirklich nichts Ungewöhnliches oder doch eine neue Qualität? Ungewöhnlich war ja die große Hitze. Wir haben ja Rekordhitze erlebt für das erste Juni-Drittel. Und tatsächlich, wenn man den längerfristigen Trend anschaut, sieht man, wir haben inzwischen mehr als doppelt so oft Hitzerekorde wie Kälterekorde, wenn man diese Tageswerte ansieht. Das ist eine Folge der globalen Erwärmung. Darüber sprechen wir gleich nochmal, weil Sie schon gesagt haben, das passiert halt immer mal wieder jetzt in den letzten Jahren. Da gibt es eine deutliche Tendenz. Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren immer wieder heftige Unwetter erlebt. Zum Beispiel 1999 forderte der Sturm Lothar 110 Menschenleben in Mitteleuropa. Der Orkan Kyrill fegte Januar 2007 über Deutschland. Bahn und Flugverkehr kommen fast zum Erliegen. Im Dezember 2013 führt der Orkan Xaver in der Nordsee zu der zweitgrößten Sturmflut seit Beginn der Aufzeichnung. Müssen wir uns also in Deutschland daran gewöhnen, dass das keine außergewöhnlichen Phänomene mehr sind, sondern wirklich jetzt auch zu unserem Alltag dazugehört, fast wie in den Staaten? Also die Weltmeteorologische Organisation hat festgestellt, dass die Häufigkeit von extremen Unwettern zunimmt. Man muss das natürlich differenzieren, welche Typen von Extremereignissen sind. Bei Hitzewellen kann man das am eindeutigsten sagen, weil da sind die Schwankungen durch Zufälle nicht so groß wie bei Stürmen zum Beispiel. Aber es gibt Hinweise, dass zum Beispiel Tropenstürme in der Intensität zunehmen. Bei den Stürmen wie Kyrill, die hier bei uns in den mittleren Breiten auftreten, ist das bislang noch nicht so klar. Und das hat tatsächlich was mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun? Oder wie erklären Sie sich das? Wir heizen das Klima ja auf. Das ist in der Wissenschaft auch Konsens. Durch unsere Treibhausgasemissionen, die globale Temperatur ist bereits etwa ein Grad angestiegen. Und dadurch ist natürlich auch mehr Energie im System. Diese Gewitter heißen ja nicht umsonst Hitzegewitter und folgen auch nicht zufällig auf diese Rekordhitze, weil das ist ja die Energiequelle, ist die Luftfeuchtigkeit und Wärme. Jetzt sagen Sie Klimawandel auf der einen Seite, wenn man sich als Laie einfach mal so die Temperaturen, die globalen Temperaturen auch anschaut, die sind ja in den vergangenen 15 Jahren nicht exorbitant gestiegen. Also wie passt das denn dann zusammen? Also sie sind aber gestiegen. Das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen weltweit war das Jahr 2010, gefolgt von 2005. Und es gibt natürlich kurzfristige Schwankungen von Jahr zu Jahr. Es gibt mal wärmere, mal kühlere Jahre. Der Hauptfaktor dafür ist das sogenannte El Nino-Phänomen im tropischen Pazifik. Und da hatten wir in den letzten Jahren eher die kühlen Bedingungen. Jetzt ist wieder ein El Nino-Ereignis im Anmarsch. Und das wird höchstwahrscheinlich noch im Sommer oder Herbst eintreten und dann auch die globale Temperatur wieder einen Tick nach oben schieben. Und das spüren auch wir hier dann? Also das spürt man hauptsächlich in den Anrainerstaaten des Pazifik. Also in Lateinamerika gibt es dann extreme Niederschläge. Auf der anderen Seite des Pazifik, Australien, Indonesien ist mit Dürre und Buschbränden zu rechnen. Aber es gibt weltweit auch einen gewissen Einfluss von El Nino. Stefan Rahmstorf, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung.